Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um 5 Aussagen von Steroid-Bodybuildern, die ihr definitiv ignorieren solltet. Nummer 1. Ihr seid noch zu dick. Ihr habt noch zu viel Fett. Da ist noch ein bisschen zu viel drüber. Grundsätzlich, diese Leute können es sich oft erlauben, unter 10% das ganze Jahr über zu haben. Das sind vor allem die neuen Bodybuilder, die Instagram-Bodybuilder. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben diesen geringen Körperfettanteil haben, im Gegensatz zu seriöseren Wettkampf-Bodybuildern, die auch gerne mal in eine Off-Season gehen und eigentlich nicht um das perfekte Foto und um diesen perfekten Look all year round kümmern. Aber grundsätzlich können diese Jungs mit dem Extra-Gear drin einfach länger unter solchen Bedingungen fettfrei bleiben und auch noch Muskeln aufbauen. Das kann unser 1 nicht. Also insofern, so etwas würden die schon meistens zu dick nennen. Und ja, für die Verhältnisse vielleicht schon. Aber für uns ist das vielleicht sogar zu wenig. Um der Gesundheit willen. Nun ja, definitiv nicht drauf hören, dass ihr zu dick seid. Nummer 2. Natürlich da mit Art verwandt genau das Gegenteil. Na, ihr habt noch etwas zu wenig Masse. Das ist noch etwas zu wenig Muskeln. Selbst wenn sie es eigentlich gut meinen und euch einen Ratschlag geben wollen und sagen, bau erstmal noch ein bisschen auf. Es kann sein, dass ihr da draußen eigentlich schon voll das Tier seid. Aber natürlich für die Verhältnisse, in denen diese Leute rechnen, eben doch nur ein Strauchdieb. Ich merke das immer, wenn ich mit Kevin Gebhardt in einem Raum bin oder auch nur in einem Kamerabild, dass die Leute anfangen, mich, naja, mal direkter, mal weniger direkt zu beleidigen oder sich zumindest über meine dünne und schmale Körperform lustig machen. Während ich dann teilweise woanders bezichtigt werde, selbst in die Trickkiste zu greifen. Also, das ist immer der Kontrast, in dem man lebt. Und ja, unter diesen Bodybildern, die ich ja gar nicht verunglimpfen will, bin ich dann tatsächlich die Spaghetti. Aber lasst euch von denen nicht sagen, ihr hättet zu wenig Masse. Das stimmt meistens nicht. 20. Und damit meine ich nicht Wiederholung, sondern Sätze. Das solltet ihr auch nicht unbedingt glauben. 20 Sätze für den Bizeps braucht man einfach nicht. Das Volumen, das diese Bodybuilder draufhaben oder zumindest auch ableisten können, selbst wenn sie es nicht immer alle tun, wenn sie nun mal die Suppe der Weisheit mit Löffeln gegessen haben, statt mit Gabeln, dann wissen sie, dass sie das auch gar nicht nötig haben. Aber sie können einen unglaublichen Workload bewältigen, den wir einfach nicht bewältigen können. Wir sind meistens schon kaputt nach 6 bis 7 Sätzen, wenn wir es richtig machen. Aber 10 Sätze, 15 Sätze für die Arme ist nicht nötig. Weder für Trizeps noch für Bizeps. Und wenn die euch auch ganz nebenbei mal erzählen wollen, du brauchst noch ein bisschen mehr innen oder außen. Die meisten von uns kommen nicht so weit von der Masse, dass sie innen und außen unterscheiden können oder dergleichen. Der Arm wird immer gleich aussehen. Und wenn ihr euer ganzes Leben lang SZ-Curls macht und nichts anderes, ich bin mir ziemlich sicher, der Arm wäre zum Verwechseln ähnlich und würde ziemlich ähnlich aussehen. Also lasst euch auch davon nicht beirren. So viele Sätze braucht ihr nicht dafür, so viele Formen könnt ihr gar nicht. Macht einfach euer Bizeps-Rizepstraining und mehr als 8, 9 Sätze für eine dieser Muskelgruppen ist gar nicht nötig. Ihr braucht mehr Protein. 3 bis 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht sollten es schon sein. Also ab 300 Gramm geht es los. Das sind Aussagen, nun ja, die sind zwar auch ein bisschen oldschool, aber durchaus, wenn man richtig zugedröhnt ist, dann kann es auch gar nicht mal schaden, mehr Protein zu haben, bei der Proteinsynthese, die da angekummelt wird. Davon können wir aber nur träumen. Und mit 2 Gramm sind wir eigentlich richtig gut beraten. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und deswegen 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und das Ganze läuft. Oh, ich sag mal, wenn du das jetzt so ein halbes Jahr lang machst, dann wirst du so und so aussehen. So oder so ähnlich lauten die Einschätzungen. Wenn ihr mal fragt, wie lange werde ich brauchen, um den entsprechenden Erfolg zu haben, um so und so auszusehen, so und so viel zu drücken. Aber bei den Zeitangaben können die Menschen, die vor allem schon lange on sind, einfach nicht mehr so richtig objektiv sein. Gut, habt ihr einen Personal Trainer darunter, der auch mal Klienten hat, die nicht in die Trickkiste greifen, dann geht das vielleicht doch. Aber die meisten haben ein sehr verschobenes Bild davon, was zu erreichen ist und wie lange es doch dauert und wie langwierig das Ganze ist, wenn man das Ganze natural erreicht. Ja, in den ersten ein, zwei Jahren kann man ganz schöne Unterschiede sehen, aber dann wird es auch schon knapp. Und je nach Veranlagung kann es auch schon vorher ziemlich mau aussehen. Beziehungsweise, wenn man eine Supergenetik hat, kann man auch in den ersten drei, vier Jahren etwas mehr aufbauen. Aber das kommt bei weitem, bei weitem, bei weitem nicht ran an dem, was man mit Zusätzen erreichen kann. Und das soll ja natürlich gar keine Werbung dafür sein, aber es ist nun mal einfach eine komplett andere Welt. Deswegen nicht danach richten und bloß nicht fragen, wann ihr was erreichen könnt oder zu erwarten habt. Das werdet ihr von denen nicht richtig beantwortet bekommen. Und wer von euch grundsätzlich Top-Fives nun mal mag, der kann sich diese Top-Five der Dinge, die ich an dem Bodybuilding-Sport hasse, mal anschauen. Ansonsten, wenn ihr solche Videos mögt, Like da lassen, in die Kommentare, worauf ihr definitiv nicht hören würdet oder auch worauf ihr hören würdet bei Steroid-Bodybuildern. Und natürlich gerne bei Protein Arena vorbeischauen und 15% sparen mit dem Code GOTTI15. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald, euer Gotti. Danke.